moin leute was geht die kommen zu einem neuen livestream und pokémon art school ganze city hießen haus ich möchte hier raus einfach aus dem fenster springen bitte du bist echt klasse bei frage drei war ich mir so sicher dass die antwort apricorn lautet du bist dumm easy leben durchgespielt das funktioniert so berufste polizei sagst da 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 ist jemand oder kommt da hin und bringt hallo hilfe eine neue zweitstelle des fahradans eröffnet aber ich glaube einfach keine könnte ich hätte ich nicht gedacht du stellst ihn einfach nirgends vor was sagst du würdest für mich auf den draht sie schwingen und werbung zu machen ja wirklich dann ja erfreut mich doch der die fahrrad ok lieben aber pokémon ausgewählt mit 20 attacken sind okay alle dankeschön ich werde das nicht abgeben ich kann es benutzt als klage zwei ich fange jetzt analysieren heute das zweite mal ich gebe mich geschlagen dass du hast aber auch wirklich ziemlich oft sagt und dinge hat bianca aufs fenster geworfen wie der bild der will dass ich mir 8000 ton fucking apricorn muss jeden tag in die scheiß alan spritze oder was die gar junge das ist einfach gammelers lieblingshobby die mutter brennt pokémon tote verderben ist so gut ist gar nicht beworben hat gar nicht 28.000 wege und hat einen weg wie kuchen aus bei der ehrlichen vogel pokémon alter was ist denn von vogel wenn jetzt wirklich lache ich alter so krasser vogel oh mein gott die große sechs tagen waren mehr als ein meter groß alter mirabler das vogel pokémon ein meter groß nein 69 88 meter groß oh mein gott über so würde pokémon also es ist es sollte ein vogel sei es ist kein vogel pokémon was sollte ein vogel sei erstellt euch mal im polieren vor wo scheiße sechs tagen brennt du bist fett das ding brennt bin aber wieder mal weg alles waren sie nicht von alleine die kann deine mutter macht heile sich bettet es jetzt da und ist irgendwie so nudeln und dann kannst du dir aller verstehe also so ist da deine mutter brennt deine euer brennt oh das ist ein pokémon das ist durch da aber ich bin aus der dinge und gib mir meine nummer deine mutter gibt dir seine nummer quackfeuer easy hello grudon was zur hölle es gibt doch so pulver wie zu nehmen die das atmen die das ein ist es einfach hoch muss die wirklich nehmen aua das tut weh ich wollte jetzt nicht aus dem fucking fenster springen dieses pokémon hat immer das mehrfuhls ausgeleuchtet aber dann wurde es plötzlich erkrankt wird es nur noch luft das ding hat corona und lauft lauft oh das tut mir jetzt wirklich leid also habe ich behaupten fucking trainer umgereppelt wo der fox sein fahrrad ist zerstört lol soll ich euch bezeichnen das richtig macht ja ne das wird der typ er hat sich einfach nur gedreht und bekackt jetzt an der kotze auf berg im fußbauen und leute und damit würde ich sagen ich habe alles heute geschafft was ich haben wollen wir sehen uns nächstes drehen der ist nicht in zwei wochen der ist nämlich über moin oder so ich gehst wir sehen euch irgendwann wieder moin mutter brent ich habe auch noch was zu tun und dann schmeiße ich mich weg alla tschüss und hat einen weg